Ah, Crash, hast du recht, Dreckspiel. Komm, ach, was mache ich denn? Ja, es bleibt natürlich so. Ja, wieso künstlich ist das jetzt auch ab? Ach, das ist geil. Aber wo muss ich hin zur Hölle? Ja, ich sehe, aber ich kann doch nichts anfangen. Achso. Oh, vier ist live, left. Scheiß ist left. Okay, dann machen wir das anders. Na, das wollte ich doch gar nicht mitnehmen. Ach, scheiß drauf. Ja, das ist das Ding hoch. So, dann bist du, wenn es kälter wird. Weil hier gibt es ja kein Wasser und nix. So, und jetzt da hinten lang. Ich habe ja kein Nidro mehr. Auf. Gang entlang, komm. Ich kann ja nicht schmerzen, wie scheiße dieses Spiel ist. Ich muss sie schon sterben lassen, um weiterzukommen. Da stirbst du jetzt irgendwann mal. Keine Munition mehr mitnehmbar. Sehr scheiße. Schieß auf die richtige Stellung, um den Schalter zu treffen. Oder wie läuft das jetzt? Ein Umstand hier, ein beschissener. Oh, mir egal. Wenn ich spiele da keine Munition, hat mir auch egal. Haaah. Hat da ja auch eine Munition gelegen. Und nicht schon wieder so ein scheiße-ficktes Trendspuls-Ding. Und hatte ich ja noch nicht genug heute. Auf. Das war das Schie sein. Ich bin tot, mein. Ach, komm. Stirb doch einfach. Mann. Sterb halt nicht. No, scheißegal. Komm. Ah, die Dinger sind doch irgendwie zielsuchend. Als weiter schließen. So, jetzt ist es tot, hoffe ich. Hey, hier lag es noch Munition drum. Ach da. Es ist tot. Jetzt ist es noch halt zu. Ist mir auch scheißegal. So, jetzt brauche ich Wasser. Toll. Wasser. Was schieße ich denn da schon wieder? Das ist ewig lange Ausfall. Ja, ist so ein scheiß Drecksdun natürlich. Verzwissen bitte. Oh, Mann. Ich brauche Wasser. Es ist kein Wasser. Was? Der war doch tot. War er nicht. Wasser. Ich brauche ganz dringend Wasser. Ist hier noch mal überhaupt noch mal irgendwo zweifahren Wasser? Nein, ich brauche Wasser, verdammt. Oder kann ich da reinfliegen und mir Wasser holen? Nein. Nein, das heißt, ich verreckt gleich wieder. Es gibt kein Wasser in der Nähe. Brillantes Mapping. Meine echten Profis am Werk. Und da ich immer wieder hier spawne, bringst du mich mit sterben lassen? Auch nichts. Toll. Toll? Achtung, gleich verreck ich. Und dann habe ich verloren. Ich werde hier natürlich alle leben. Warum auch immer? Super, ich muss Wasser finden, aber sofort. Ich tropfe es runter, aber ich habe kein Wasser. Da gibt es kein Wasser. Was soll der Dreck? Was soll denn das ohne Wasser schaffbar sein? Ich kann mich auch nicht sterben lassen und nichts. Soll das funktionieren? Hier ist auch nichts Wasser. Ja, scheiß Ding nervt. Nö, dafür gibt es auch kein Wasser. Kein Wasser. Hier trofft es zwar runter, aber kein Wasser. Okay, dann fliegen wir hier mal ganz schnell durch. Irgendwo muss es doch hier Wasser geben, oder? Irgendwo muss es doch Wasser geben. Ist das überhaupt möglich? Mal auf Total Mayhem. Ah, fliegt doch doch mal rein. Nein. Wasser. Ich brauche Wasser. Wasser. Kein Wasser. Kein Wasser. Kein Wasser. Hier gibt es auch kein Wasser. Ah, Wasser. Wow. Ich muss jetzt so nerfliegen, anstatt sie zu töten, irgendwie. Weil, hey, das ist eine tolle Idee. So weit. Nein. Weg das Wasser zu positionieren. Da waren ja mal eine echte Profis am Werk. Wie sollen wir das auf Total Mayhem schaffen? Ja, komm. Wie soll ich das denn wieder schon schaffen? Ich muss ja die Hälfte der Map damit überspringen. Hallo, ich drücke Leertaste, nicht umsonst. Auch wenn es bald erstes Wirken hat. Wasser, 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 lass mich das Wasser, lass mich das Wasser. Au. Ich will springen einfach mal die Hälfte der Map, weil ich sonst verreck. Tolles Konzept, wirklich. Da haben sich wirklich irgendwelche Leute überhaupt nichts dabei getragen. Ach, und jetzt habe ich keine Munition mehr. Ich könnte jetzt natürlich zurückfliegen, ne? Wenn ich Munition hätte, um mich durchzuschießen, ne? Hab ich aber nicht. Ich bin mal so ein Turm tot. Toll, ich habe jetzt locker mal 10 Gegner übersprungen und habe keine Ahnung, wo ich jetzt hin muss. A Hunter Holds a Kia, ja, toll. Ich habe immer mal eine Orbitkugel. Na ja, bin ich halt tot, was soll's. Da haben echte Profis was gebaut. Echte Profis haben da richtige Scheiße geboren. Die Türme halten auch aus. Das ist ja nur noch feierlich. Na klar, das war die Mucks. Der Türm steht irgendwie in der Luft. Toll. Da haben wir den Besten der Besten dran gearbeitet. Kack, ein Dummer. Mit einem normalen Spieler, um wirklich zu schaffen, wenn er ihn einfach durchfliegt. Schlussbarung noch alleine drauf kommen darf. Ja, schön, dass man auch, nachdem er da erstmal zurückfliegt, erstmal voll Gas beschossen wird und ich nicht wegkomme. Toll. Ganz, ganz großes Klima. Fülle doch da rein. Ich bin mir sicher, wenn ich davor spanne, treffe ich irgendwas. Wenn mich vorher nichts trifft. Der Laser ist drin, oder? Ich glaube schon. Gut. Fahr zur Hölle. Ich speichere mal wieder ab. Du mich auch. BAM. Wieder mit dem Enemy Bullen. Wo kommt... Was zur Hölle? Woher denn? Ich sehe da nicht mal was. Ah, M&LF, super. Das ist ja eh noch viel zu leicht. Enemy Bullet, woher auch immer. So. Jetzt habe ich keine Munition mehr. Das heißt, ich darf jetzt den ganzen Weg, bevor ich vorhin da rüber geflogen bin, wieder zurückfliegen. Da haben echte Profis die Maps gemacht. M&LF hat ein Drittel der Gegner getötet. Drittel! Abkühlen. Ich brauche Munition. Die brauche ich dringend. Ich darf den ganzen Scheiß-Drecksweg jetzt nochmal zurückfliegen. Hey, hier habe ich jetzt. Ich werde da drüben die Munition holen. Toll. Wenn ich es da noch finde. Auf, komm. Ja, ja, schieb der in Vista-Position sonst wohin. Ne, Munition ist da nicht mehr. Echt nicht. Ein paar Raketen. Ah, toll. Das ist so gut wie gar nichts an Munition. Das hat die Treffer-Dinger ja eh nix treffen an beweglichen Objekten. Und sonst was hat man da vorher. Ich muss natürlich aufschießen. Ach, komm. Scheißaufschießerei da. Da war ein Laser, oder? Ah, und ich treffe ihn natürlich nicht. Hm, ja. Das ist nicht schön. Ich habe vielleicht keine Munition mehr. Super. Wir gehen gerade schon wieder die Munition aus. Und die Zeit geht mir auch schon wieder aus. Ah, ja. Mit einem Bulletschieb's in den Arsch. Jetzt muss ich mit der eine, dass ich wieder hinterkomme. Abkühlen, schnell. Mann. Kann man so einen Scheiß zusammen. Ach, wurscht. Ah. Ach ja, richtig. Da war halt noch mehr. Hey, dann stürzt du mal wieder ab. Nein, ich will nicht in die scheiße Fickten Optionen, die eh völlig falsch sind. Warum sind Grafiken nicht mit den Optionen? Das gibt doch überhaupt keinen Sinn. Kommt schon, ich muss wieder raus. Ich muss da raus. Wo kommt denn der jetzt schon wieder her? Ach, ey, wo kommen die jetzt schon wieder her? Ach ja. Ja, herrlich. Wunderbar. So stelle ich mir das vor. Hä? War da unten nicht der Schlüssel? Ach, da ist er doch. Mann. Ist der Level endlich bald mal vorbei? Wieso bist du denn da jetzt schon wieder? Oh, schießt du denn da schon wieder von vor auf mich? Hey, es ist abgestürzt. Wie toll. Mann. Entschätzt. Irgendwoher schießt es doch da noch auf mich. Das fliegt da schon rein. Ach, da oben ist ein Laser. Sagt es auch gleich. Ah, und von vorne kommt der scheiß verfickte MFL. Meine Laser. Ja, meine Laser macht nie so viel Schaden. Aber egal. Nein, nicht die Titan. Mann. Ja, genau. Ey, Abstoß. Wie toll. Ja, genau. Ja, genau. Nein, doch nicht die Titan. Wieder schießt er die Titan ab. Und wieder. Habt ihr noch voriges... Nein, hab ich nicht. Natürlich hier mit meinen vielen anderen tödlichen Waffen. Alles Schrottkanonen hier. Was für eine Panzerung. Ich fliege doch hier ohne Panzerung rum. Was will ich erzählen, dass ich hier eine Panzerung habe? Ja, ja, blablabla, komm. Abgestürzt, wie wunderbar. Freu ich mich auf was richtig. Was ich gar nicht genug freue, um uns abstürzen. Ja, genau. Ich treffe ihn praktisch gar nicht, aber er trifft mich voll. Mhm. Er hat doch eben noch gar durch die Barriere durchgeschossen, oder? Ja. Ja. Ja, ich kann mich so trotzdem nicht erregeln. Das sieht mich auch gar nicht. Aber irgendwas drin? Nein. Nein, nein, natürlich nicht. Ich würde schwören, könnte ich aber Solaris aufpassen. Home... Ja, Homeing-Messides. Die gegenseitigen Homeing-Messides funktionieren ja im Gegensatz zu meinen. Oh, gesponnt wäre ich noch ein neuer, sehr schön. Soll ja nicht langweilig werden. Mit dem, wo ich gesprungen habe, habe ich jetzt bald die Hälfte getötet. Ja, genau. Ja, genau.